Hey und Willkommen zu einer weiteren Folge Rocketlay Agua mit eurem Klausi Hausi in seinem Hausi und dem Manuel in seinem Schlausi Es gibt kein Weihnachtsmarkt mehr Was? Ey willst du? Ach ne das bist du gar nicht, ich dachte schon wir werden... Das ist jetzt voll doof, sagen die Zuschauer die mich auch gucken, Manu überredet mich gerade wieder Genau ich überrede dich, du hast mich gefragt Ja genau, ey genau das hast du gesagt, ich hab sogar aufgenommen Ich blende es mal eben ein Kann mir für deinen Channel bitte was aufnehmen, Manu Und du nimmst jetzt einfach nur die Tonspuren Loll Wow Ach, Knie, Knie Alter was müssen die denn denken Nice Points Man muss auch noch dazu sagen, wir haben uns gerade gegen die Warmen gespielt und wir haben gegen die verloren War easy, aber nur weil wir es wollten natürlich Ja natürlich, alter war ja nur Warmen spiel Da verliere ich gerne Ich hab mir mal den Wurst hier Du Wichser Du kleine Hurensau Wie geil ich den bekommen habe Au Ja, okay Ich passe dir Ey das war... Ja Und er kriegt hier noch eine halbe Sekunde vor mir Nice Nice Also eigentlich ist es nicht nice, oder? Ne Eigentlich nicht Genau, gerne mal in die Kommentare schauen, ne Wenn wir gleich mit dem Tor schießen, frage ich warum die WM Also wenn die WM Was hast du denn? Ich mach gar nichts hier, ich bin AFK Das ist dein Ball Au Der war nice ey, nice shot Der war nice Dizer Nice Dizer Alter Du hast ihn... Ja, danke Nein Alter Ich hatte nen Autounfall Ja, und wieder deine Fans, alter Ohne Mist, ey Leute halt auf den Klausi anzurufen Den mach ich Alter, den machst du so leicht Mach du den, mach du den back to you Kommst du mal Was? Ey ich hatte aber kein Nitro Ja, easy Aber wenn der reingeht, ne ich werd... Ne, dann nichts an deinen Fans Ohne Scheiß, ne Die rufen ständig an und versauen uns die... Die, die Matches Ja, ich hab die mal rausgesteckt Deine Fans? Ja Was sind grad in dem drin? Ach man So fucking lucky Ja, echt ey Because the fans call him Ja, I got fans Ja, he is really famous in Germany And Luxemburg And Luxemburg The fans love me Not even your mom loves you Not even your mom loves you Aha Aha Hä? Did he not play me? Dann hat er ihn doch gekriegt Was ist das denn für Neck? Ja, okay Der ist zu weit Der ist zu weit War auch easy ey, war auch Junge der hat mal wieder seine Kraft nicht unter Kontrolle Ja Wie ein super Saiyajun Saiyajun lol Nur, dass sie ihre Kräfte unter Kontrolle haben Ja, ne Der Wichser Ich flieg, Hilfe Der Nasse Der ist dein Ey, als ob das jetzt ein Tor ist Ups Ne, ne, ist es nicht Klaus Ah, ist ein Pass Oh, du hast dich so outplayed Easy, wie ich dich outplayed hab Was? Nein! Der ist drin, der ist drin Ich hab nur berührt Ich hab ihn noch berührt Ich hab ein Geräusch gehört Ja Das war das Explodieren Ne, 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 ne Loil, wie die den gespielt haben Hä? Hör noch berührt War das nicht das Geräusch, das ich dir bekommen hab, Leute? Schaut mal in die Kommentare Bitte Alter, wie du den geprankt hast Hä? Alter, Double Prank Loil? Okay, der war scheiße Ja, was soll ich da machen? Der war so scheiße, Junge Der hat gedroht abzudrücken, wenn ich jetzt... Oh, easy Oh Was? Heck, Heck Den musst du haben, Alter Oder... Das ist der Breakout! Wow So 2 kmh, ja lass Alter, ich dachte schon, du machst den aus den Reihen Ja, ich bin ja extra runtergeflogen Ah, genau Jet Spam Capper Aber... Pow Ey, komm Ich sag sogar noch Pow und das wirkt einfach nicht Pow Oh, oh Das ist dein Ball Wie schnell ist das denn? Oder ist das meiner? Ne Seiner Ne, ne Keine Ahnung, die haben Hicks an, die haben Spät-Hacks Ja, die haben... Pow Die haben den Shop-Hack, die können sich... Ey Wo, 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 wo Wo, wo, wo Oh fuck Oh nein, 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 nein Wo, 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 wo Alter, so outplayed Wir schießen Tore, was auch immer passiert Mach'n Tor, mach'n Tor Back to me Back to you Oder auch nicht, Alter, ich bin so langsam, ne Ist das grausam Oh nein Oh, den halte ich nicht Alter, was war das denn für'n Tor? Den hätt' ich locker haben müssen, tut mir leid Ja, easy Ja, der geht zu 100% auf mich Komm, wie... Haha, hab' ich im Zuspiel Aber komm, wie knapp, der hätt' ich gar nicht reagieren können Naja, der geht zu 100% auf mich Ja, wie immer halt, ne Den hätt' ich verab'n müssen Drei Ich mach'n mal zwei Na, okay Ui, ui Alter, das ist dein Tor Das ist dein Tor, mach'n, mach'n Oh, Mann Alter, der war so gut, der war so gut Danke Genau wie meiner jetzt gerade Oh, oh Alter, mit 5000 Nitro, ne Ich... Oh, lo- Pow, Alter Pow Naja, hab' ich Das ist doch geil, oh Ich hol' mal Nitro Ich spiel' ihn zurück zu dir Oh, geil Oh, geil Genau, ist klar Alter, unser Tor, unser Tor Unser... Komm' Bitte, bitte Back to you Oh, scheiße, der wär' drin Alter, der wär' so reingegangen Der wär' so rein Ach, scheiße Ohne diese Legs Ja, genau, Legs Ja Gut, dann... Runde 2 Okay Noch eine... Runde Runde, runde, runde Ich hab' ihn gekillt, Alter Nein Das kommt ja von, wenn ich mit mir anlegs Achtung, Achtung, Achtung Pow Alter, was ein Pass Legendär Wow, was ein starker Schuss Pow Der war stark Könnt' der reingehen? Der geht, der geht, der geht Der geht, der geht Ja, warte, ich geh' mal schnell nachgucken Ja, guck' mal eben Ja, aber erst wenn ich irgendwie... Wenn du mir einen Pass spielst oder so... Da, da ist dein Pass Was? Machst du denn? Erst wenn du mir einen Pass spielst Hier, dein Pass Und er macht ihn rein Hahahaha 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 Scheiße Hahahaha Danke, Klaus, danke Mit dir spiel' ich gerne Ranked Hahahaha Hahahaha Ich mach' ihn wieder gut irgendwie Kannst du nicht Geht ja gar nicht Hahahaha Hahahaha Oh, Mann, ey War das scheiße Hahahaha Oh, Mann Ah, der war geil Hahahaha Pau, Alter Alter, ist der Schuss stark Ach, Mann Der tue ich gerne mal rein Ja, ja, eben Echt, Mann Wie hab ich Glück in dem Spiel Hahahaha Hahahaha Den mach' ich, den pass' ich zu dir Ich bin weg Okay Hol du das, hol du das Den Ball Ja, wieder in die falsche Richtung gedrückt Oh, lol Also, lol Der geht nicht, der geht nicht Der geht nicht Warum bin ich so langsam Ach, Mann Lol BAM Sagt euch, ich mach's wieder gut Das ist aber kein Gutmachen Ja Wenn du jetzt so drei Tore machst Dann ist es Ich bin noch dabei, ich bin noch dabei Ich hab' ja noch nicht gesagt, es ist wieder gut Ah, ja, okay Alter, was ein Shot Komm, jetzt haben Sauna ein Tor gemacht Easy Der wär' niemals reingegangen ohne den Aber du musst es so sehen Erstens versuche ich's jetzt wieder gut zu machen Und wir hatten was zum Lachen Nee Also ich nicht Oh shit Ich hab' eigentlich nur geweint Hast du mich nicht weinen Achso, das war so eine Abwehrreaktion Dass du nach außen hin gelacht hast Hat man in der Fates Game gesehen Alter Als Oppi Oppi Oh Alter komm Weißt du, da will ich ja reinlunzen Ja Oh lol Was Alter, was hat das denn für'n Schuss Ich hab' auch davon abgesehen Hab' ich gedacht, der geht gar nicht rein Ich hab' gedacht, wir sind viel weiter rechts Lol, ey Das war crazy Crazy Shot Nachdem ich eigentlich da das 3-1 auf dem Fuß hatte Ja, genau Wenn du dann den Ball misst Ich mach' jetzt auch ein Tor Okay Ich mach' jetzt auch ein Tor Ich fahr' jetzt mal dran vorbei Oh, der ist gut Pow Wird dann viel zu stark Oh, viel zu klein War doch, war doch Back to me oder nicht? War doch ne Vorwedge Alter, hast du weggekickt Loll Mach, mach, mach Alter, haben wir Glück Haben wir scheiße viel Glück Ich hab' den Außersee nochmal berührt Ich wollte gar nicht mehr dran Ja, ich glaub' das hat zerstört Ja, da Alter Alter Geplant Ich wollte ihn nur noch rollen lassen Beziehungsweise, dass du ihn halt nur noch reinwechseln Dann komm' ich dann noch einmal ran Und setz' ihn ganz leicht hoch War mal ein einstudierter Spielzug Also, auch wenn's jetzt nicht da noch aussah Ja, ja, natürlich Hä?! Was macht denn der Ball hier?! Oh, nein! Was machst du?! Prank Alter Alter, war das ein Prank Eintritt ist mal so einstudiert Den machst du, den machst du rein Komm, den machst du jetzt rein Boah, nicht richtig getroffen Ich pinch ihn Punch ihn, ja Ja, war mir ein Punch, wollte ich auch eins sagen Ich pinch Oh, scheiße, ey Ich komm' wieder, warte Ich bin auf dem Weg Ich fahre Auto Alter, ja, okay, der geht auf jeden Fall bei uns rein Ach, scheiße Mach den, mach den, mach den Oh Alter, best foliage of your land Hä? Bei mir hast du ihn bekommen Hä, fährt dran vorbei Scheiße, ich hätte einen Tor machen können Ja, das war gut Weil jetzt kann er ihn halten Ach, scheiße, ey Immer diese Kacke Hä? Achso, das warst du Ich dachte schon, was machen die denn Oh, shit Oh, die kommen aber nicht mehr hinterher Ja, leider Ah, der war zu schwach Nee, der war richtig scheiße, war der Ich wollte nicht zu feste berühren Den hätte ich gut nehmen, können wir nicht Ja, warte Ja, warte Oh nein, foliage of your land Ja, den hab ich da auch Oh, nice Sieht gut aus Scheiße Hätten mir aber auch denken können, dass der den noch vorher bekommt Ah, der Klaus, den musst du Ja, ich wusste nicht, ob ich Brauch den Oh, nochmal kurz gesaved Oh, wenigstens noch berührt Hast du den? Ja Minimal Ich hab keinen Boost Pass auch nicht Das brauchst du auch nicht Das ist dein Ball Oh, oh Ich hab keinen Boost Ich brauch Boost Oh nee, ist das hoch Äh, was? Ich hab Ah, immerhin bei den Oh, oh Ich hol den Machen, 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 rein Alter, der ist geil Komm, lass einmal auf, komm, einmal auf, komm Ach, du Arschloch Ah, fuck it Oh nein Oh shit Okay, easy Ich hab keinen Oh was? Nein Oh man Das geht aber auch schnell bei denen, ne? Finde ich Super komisch Oh lol Ah, scheiße Der hätte scheinbar Nitro Sonst hätte der gar nicht so hochkommen können, oder? Ja, klar Der Nitro Ja Back to me Was? Er nimmt die nicht Ey, das ist nicht wahr, ne? Der geht nicht Der geht nicht, der geht Der geht nicht Der geht nicht Der geht, der geht, der geht jetzt Oh Alter, haben wir ein Glück Ey, aber das ist so lächerlich, dass er den nicht genommen hat Ja Komm Man hat den Boost Ich hab dir den Boost Den mach ich Den machst du Ey, ist echt eine gute Vorlage Scheiße Oh Ich bin gerade zu nah dran Ja Vorbei Nachspielzeit Ihr kommt Ich war ein Tor, okay Okay Oder sie Oh von Gott, was tust du denn? Ich hab einen Unfall Oh Ich hatte den Unfall gebaut mit der Ja, hab ich gesehen Das sah so richtig retarded aus Was für ein Glück, Alter Dass er dann nicht gegen die Latte geht Das ist so lächerlich Ich bin eigentlich, wollte ich zum Boost fahren am Anfang Dann hab ich gesehen Fuck, du kriegst hier nicht richtig Boah, wie Ach, scheiße So lächerlich Ach, Mann Naja, gut Oh, Mann Rocket League Für den tollen Scheißpart Oh, ich wurde nach unten Ich wurde abgeschuft Hilfe Wir wurden zusammen abgestuft Oh, nein Best day ever Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss Bis dann